Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Plans vs. Zombies Garden Warfare 2. So, wir waren ja hier hinten irgendwo. Hä, was haben wir hier? So unendlich kondensieren. Nein, danke. Nein, danke. Wir waren ja hier bei den Story-Missionen. Da wollen wir jetzt ein bisschen weitermachen mit der FB 3000.1. Das Punkt 1 wird aber stumm ausgesprochen. So, Gartenzwerge. Zwerge. Sagst du. Zwerge. Okay. Ja, wieso nicht? Aha. Ich muss jetzt schon wieder in die Unendlichkeit. Ich will nicht in die Unendlichkeit. Du kannst mir ja mal arschlecken. Ich gehe auf keinen Fall mehr in die Unendlichkeit. Okay, ich glaube, damit haben wir es. Ich glaube, damit sind wir mit seinen Story-Missionen fertig. Also in die Unendlichkeit gehe ich auf keinen Fall nochmal rein. Jetzt schauen wir uns mal die Story-Missionen bei den... Hallo? Da, den Zombies mal an. Zu dir könnte ich gehen, aber ich glaube, hinten haben wir auch noch... Wir schauen jetzt erstmal hinten hin. Für Münzen haben wir eigentlich. Wir haben 37.000 Münzen. Das ist nicht unbedingt üppig. Ja, ich glaube, hier haben wir noch gar keine Story-Missionen gemacht. Pirat. Super Brain. Und wie kann ich die jetzt... Ich würde gerne die Story-Missionen für den Super Brain machen. Kann ich hier? Nö. Kann ich nicht. Okay. Kann ich hier? Nope. Okay. So viel dazu. Naja, mir beim Stiefeln zu gucken, ist ja auch lustig. Dann schauen wir erstmal... Zu dem Doktor sowieso hin, oder? Hirn, Hirn. Hirn. Yep. Mhm. Okay. Mhm. Okay. Hier. Ich habe gerade keine Ahnung, was der von mir will. Aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Ähm, Multiplayer. Ich wurde jetzt ein paar Mal gefragt, ob ich den Multiplayer wieder zocken werde. Ähm. Eventuell. Ich weiß noch nicht. Aber eventuell werde ich auch wieder GW1 zocken. Weil das Zweier macht mir ehrlich gesagt nicht wirklich Spaß. Ach, komm schon. Aha. Äh. Ha. Okay. Tja, das passiert, wenn man zu viel gut, wir müssen wohl raus. Ich hänge irgendwo fest. So, zurück zum Thema. Ähm. GW2 macht mir Multiplayer nicht wirklich Spaß. Und. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, es liegt an den Maps. Ich finde die Maps ehrlich gesagt kacke. Die sind für meinen Geschmack überfüllt. Ich tue stinken. Ja, sag mal, wo die Kacktür ist. Ah. Okay. Wo ist denn das nächste Ding? Da hinten. Mann, 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 ob wir das hinkriegen. Könnte knapp werden, Leute. Bloß nicht mit den Kackdingern auffalten. Okay. Abgeschlossen. Jep, ich hab hier. Oh, Kartoffel. Nachkommen. Besteigst du nicht in der Kartoffelminie rein, oder? Zombies sind so echt Schwachköpfe. Ja. Und nun? Okay. Leute, wollte ich mir jetzt veräppeln. Mit dem Geheimtürfinder. Leute. Ernsthaft. Also, die Missionen, die sind doch gerade echt schwachsinnig, oder? Also, sowas von schwachsinnig. Wo muss ich hin? Da hinten muss ich hin. Alles klar. Okay, in die Pflanzenbase. Das könnte lustig werden, Leute. Und nun? Okay, fangt echt an, mir auf den Keks zu gehen. Okay, und ich bin direkt bei den Roses gelandet. Nice. Ach, komm schon. Oh. Crumple-T-Do. Ja, dass du ein Idiot bist. Mann, 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 Mann. Wie oft müssen wir den Spaß jetzt noch machen? Na klar. Jetzt komm schon, Alter. Really? Alles Paletti. Ich geb dir gleich alles Paletti. Okay. Ich glaub, das war jetzt nicht so ganz geplant, oder? Kanone. Ja, da vertraue ich dir natürlich viel, viel mehr. Naja, in der Base sind wir auf jeden Fall. Und was muss ich jetzt hier machen? Okay, irgendwas müssen wir hier drin finden. Okay, den haben wir schon mal. Das war jetzt nicht so die Dramatik. Dann gehen wir zum K-Spiel nochmal hin. Hintastisch. Uraltes Wissen. Ja, machen wir mal. Na, ich bin ja jetzt gespannt. Also bisher waren die Aufträge jetzt eher mehr. Wo darf ich hin? Da hinten. Na ja, klar, dass ich vor dem Zaun runterkomme. Na ja, wenigstens sind wir hier im Zombie-Gebiet. Ach, kommt schon. Ich bin doch nicht euer Laufbursche. Jetzt muss ich wirklich ne Türe finden. Okay, der Weg ist schon mal wichtig. Ich würde sagen, wir gehen nicht richtig. Das hier schaut schon mal besser aus. Irgendwie gehen wir direkt auf die Base zu, oder? Ja, wir gehen genau in die Base. Sehr schön. Wieso glaube ich, dass ich da wirklich rein muss? Ach komm schon, ich gehe einmal außen rum. Okay, hier können wir nicht außen rum. Dann versuchen wir es mal in die Richtung. Daneben mein Freund. Okay, es ist auf jeden Fall noch halbwegs richtig. Okay, wir müssen uns erst mal um die Vögel hier kümmern. Okay. Ich kriege Krieger kräftigst eine auf den Sack. Aber sowas von. Und ich bin down. Fuck you. Son of a bitch. Also das, also die, also. Moment. Ja, ja, passt schon. Den nehme ich schon, aber. Also die Mission ist ja, ist ja mal mega Rotz. Also nicht nur so ein bisschen Rotz, sondern komplett Rotz. Na, also geht doch. Kommt schon. Ey, jetzt kriegt mich der Kaspel nochmal down, oder wie? Ich glaube, ich spinn. Aber ich bin, ich bin schon wieder so gut wie down. Hm. Strange. So, und wo ist jetzt diese, kack, geheime, Schriftrolle? Okay, das ist die falsche Richtung. Also hier irgendwo war es schon ganz, ganz gut, würde ich sagen. Da ist sie ja. Mann, 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 Mann. Was ist das denn? What the fuck? Was ist das? Was ist das für ein Ding? Und wieso kannst du mich stunnen? Und was zum Teufel schießt die gar zu übel auf mich? What the fuck? Also, also die Missionen hier sind echt, echt gay. Mann, 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 Mann Ich bleib halt stehen, damit ich dich töten kann. Also es kann sowas von heftig stunnen. Und ihr kleinen Arschwichser wollt mir echt auf den Piss gehen. Okay, dann müssen wir wirklich mit dem Laser. Also diese Stunnen und Co., das nervt mich schon ungeheuerlich. Und ich bin gleich wieder down. Was macht mich denn hier eigentlich die ganze Zeit down? Mann, 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 Mann. Ich weiß genau, warum ich das Spiel nicht mehr gezockt habe. Weil es mir so ungeheuerlich auf den Sack gegangen ist. Na, endlich. Danke. So, endlich ist der Scheiß vorbei, Leute. Möge das hierhin mit dir sein. Ja. Wie auch immer. So, tun wir uns noch eine Mission an oder lassen wir es sein? Ach komm, eine Mission geht noch. So, jetzt muss ich einen Schluck trinken, Leute. So. Hier ein Tastisch. Gut, die machen wir noch. Die packen wir jetzt noch in den Part rein. Mit welchem zocken wir? Ich hätt' Bock auf den Parkranger. Parkwächter. Ja, ich hätt' schon die Zeit noch nicht mehr gezockt. Und ich find' ihn awesome. Und ich darf mir eh ein paar Kollegen mitnehmen. Somit ist das dann schon okay. Nehme uns... Natürlich einen Paläontologen mit. Dann nehmen wir uns... einen Cricketstar mit. Und... den Electrobrains. So. Damit kann ich switchen, wenn ich Bock hab. Meine Feinde werden stärker. Oh man, ich hab' den Zweifach-Sprung. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Den wollte ich eigentlich nicht. Tja. That's life. Gut. Mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Singt wohl ne... ne gute Position. Ich komm' hier echt... Ich komm' hier schon nicht drauf. Ich glaub' ich spinn. So. Wo kommen sie her? Na? Ihr kleinen Scheißerlis. Wo kommen die her? Ich denke, die Position ist eigentlich ganz gut. Zum Überblicken. Da, wenn du mir sagst, wo die herkommen. Da hinten. Wo viel zu ist ganz gut. Zum Überblicken. Da hinten. So. Der Park Ranger ist einfach awesome, Leute. Auch wenn ich jetzt den... den richtigen Sprung gern dabei gehabt hätte. Ey, 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 ey. Kollege. Und wieder 10 Sekunden warten. Ich würde halt da irgendwo gern hochgehen. Um richtig schön zu snipern, aber... das ist mir wohl nicht vergönnt. So. Eine weniger. Was läuft hier ab? Alles bestens, würde ich sagen. Der ist auch down. Perfekt. Irgendwo müsste noch einer rumgurken. Gut. Einer weniger. Ja, soweit eigentlich ganz gut. 7% erst. 7% erst, Leute. Ich glaube, ich spinne. Und die strahlen sich hier gerade gewaltig gegenseitig. So. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Haben wir noch irgendwo Heilung. Ja. Haben wir. Perfekt. Danke. Wenigstens einer, der mitdenkt. Wenigstens einer, der mitdenkt. So. Die sind down. Down. Den Diamant will ich natürlich haben. Und down. Perfektor, Leute. Perfektor. Perfektor. So macht die Sache auf jeden Fall schon mehr Spaß. Auch wenn es mich immer noch ein bisschen anpisst, dass ich den falschen Sprung dabei habe. Genau. Provozieren. Da sind ein bisschen was größeres als Sonnenblumen bringen. Gute Idee, mein Freund. So. Ja, das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall schon mal knackiger. So. Kommt schon. Ich bräuchte dringlichst ein bisschen Heilung. Ne, mal ernsthaft. Ein bisschen Heilung wäre ganz nett. Kommt schon. Oh fuck. Jetzt gibt es auch noch Heilung für die. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Hab ich dich? Ich hab dich. Ha. Und hier gibt es ein bisschen Heilung. Nice, Leute. Wir waren doch jetzt bei 20%, oder? Oder hat das jetzt grad mehr gebracht? Ich bin mir grad nicht sicher, Leute. Aber es stört mir jetzt auch nicht, dass die Mission schon vorbei ist. Nicht falsch verstehen. Und? Und? Tja, die Mission haben wir damit abgeschlossen, würde ich sagen. Den verpassen wir jetzt noch einen Kopfschuss. Oder auch nicht. Geht durch dich durch. Coole Kollisionserkennung. Interessant. So, meine Freunde. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Verwertet das Video. Schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer. Abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.